Es geht Leute, willkommen zurück zu Lost Judgment. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Ja Leute, ich will doch nur von euch, dass ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und eine Bewertung da lässt. Und ich weiß genau, du brauchst gar nicht traurig zu sein, denn ich weiß es, du willst mir auf Insta, Twitch verfolgen. Es ist alles unten in der Videobeschreibung für den Link. Let's go. So, der wartet auf uns hier. Wie heißt er wieder? Kubaner, genau. Wir müssen versuchen, das zu funktionieren. Oder wir werden keine von uns bekommen, was wir wollen. Also, du willst die Telefon, oder was? Hallo? Yagami-san? Ich bin mit Kawana. Du kannst Mami-san gehen. Got it. Will do. Ich bin mit dem, Yagami-san. Warum bist du schon wieder in ihrer Apartment? R.K.'s Topmen waren in der Lage, um ihre Hand auf dich zu holen. So, warum war sie derjenige auf dem Boden? Answer mich, Kawana. Was es wegen von dir? Würdest du besser fühlen, wenn es so war? Wie schiefst du? Du denkst, dass du, wenn du deine Nose nicht in ihre Fähigkeiten hast, sie könnte jetzt bei Hause aufhörigen, ihre Bücher. Du sagst, mir. Ist das, was du schiefst? Du sagst, mir. Du sagst, mir. Es ist meine allein, es ist meine Schmerz. Es ist meine Schmerz. Wenn ich in die Nachricht sehe, dass sie in der Schmerz wurden, fühlt sich, dass der ganze Welt auf mich verletzt hat. Ich würde es jetzt zurück, wenn ich es so hätte. Aber, unfortunately... ... ich muss das Ganze zurückziehen, um die Zeit zu verhören, als du denkst. Du meinst, nachdem du ein Schüler war? Ja, in der Grunde. Nachdem ich noch ein bisschen Hoffnung in der Humanität hatte. Versehen, dass sich ein Leben von jemandem verabschiedet wurde. Du wirst nicht wirklich zurückkehren, hast du? Aber ich muss dir das nicht sagen. Ich habe meine Arbeit mit dir gemacht, Yagami. Es scheint, dass du ein ziemlich verletzt warst. Du hast sogar einen Mörder-Aquittal gewonnen. Aber wir wissen beide, wie das Endeffekte. Die Deathen von einer innozentigen Frau. Du und ich sind das gleiche. Wir haben beide Schmerzen. Und sie sind die Schmerzen, die nicht vollständig healen. Ja. Vielleicht bist du richtig. Aber für Sawa-Kun, das war 13 Jahre vor. Der Tag, bevor Mitsuru Kusumura wurde, und sie kam. Sie stopt mich in der Halle, damit sie mir erzählen, wie sehr das Bullying wirklich war. Bis zum nächsten Tag, ich habe nur gedacht, dass es die Jungen sind die Jungen sind die Jungen. Teasen. Ich habe gedacht, dass es unverletzt war. Dass sie sich überrascht haben und dann weitergehen würden. Ich meine, komm. Komm. Kawhi hatte zu zweit den Mitsuru-Aquittal. Es ist nicht so, wie ich gesehen habe. Also habe ich ihn nicht überrascht. Ich habe ihn nicht überrascht. Und dann würde er die Jungen nehmen. Ich habe ihn nicht überrascht. Aber so wie ich sagte, du schmerzt hast, eigentlich. Ja. Ich glaube, das war das. Ich habe zu lange. Es war zu lange. Sawa-Kun hat es zu sagen. Sensei. Wie kann man so blind sein? Sie fragte. Sie waren eine schmerzende Worte und Schmerz. Und wie sie mir gesagt hat, die Klinik überrascht hat, die Klinik überrascht hat. Die Klinik überrascht hat. Sie sagte, sie hat ihn auf der Station gesehen. Sie hat es so, wie er hat es mit der Klinik überrascht. Wenn sie da sind, dann und da sind. Ich bin nicht so presumptuös. Aber dann habe ich gedacht, meine Schüler waren die größte Fans. Ich dachte, ich hätte das Herz und das Herz gewonnen haben, aber der Blick auf Sawa-Kun´s Gesicht hat, hat mich die Wahrheit gesehen. Ich konnte nicht nur aufhören, wie nichts passiert. So habe ich entschieden, um mein Haus zu machen. Der nächste Tag, habe ich eine Kamera in der Klasse, nach der Schule gelegt. Also, du sagst, dass du das Video registriert hast? Ja, du hast es gesehen, richtig? Habt ihr gesagt, dass die Schmerzen sind? Es ist schwer zu sehen, nicht wahr? Schade, nachdem ich die Kamera aufgenommen habe und gesehen habe, was er recorded hat, Mitsuru hat seinen Schritt gemacht. Ich erinnere ihn, mit ein paar crucialen Momenten. Was in der Klasse war, war das letzte Klasse. Nachher, die Bullies wurden gefragt, was passiert. Jeder und jeder von ihnen lief. Kauai hat es angefangen. Es war nicht unsere Idee, sie sagten. Für jemanden außerhalb davon, all sie gesehen haben, war Kauai zu ermöglichen Mitsuru zu machen, damit die Leute zuständig sind. Das war Kauai und ich. Ich bin selbst, die Kauai-Kauai-Kauai-Kauai-Kauai-Kauai-Kauai-Kauai-Kauai-Kauai-Kauai-Kauai-Kauai-Kauai-Kauai. Das war die Zeit, ich bin mein Leben zu leben, mit echtem Wissen. Also, du kannst nicht verabschieden, die von Bully zu haben. Du hast so weit, du hast dein eigenes Leben, um zu tun, dass sie etwas zu tun haben. Das stimmt. Das stimmt. Mitsuru Kusumoto ist noch ein Vegetable. Er ist so gut wie tot. Aber ich bin nicht egal. Wir haben keine Recht, um ihn zu vergessen. Du sagst das, obwohl es Sawa-Sensei verabschiedet hat. Ich werde dich wieder fragen. Warum warst du in ihrer Apartment? Ich habe es im ersten Mal gesehen. Ich habe das gefunden. Ich habe es nicht gesagt, dass ich es so gut gab. Aber ich glaube, ich müsste zu erklären. von Beginn. Vor vier Jahren, da war ein Suicide in Sawakun's school. Es war ihre eigene Studenten, diese Zeit. Du kennst das, richtig? Eine Studenten in Seirio High School? Toshiro Ehara. Ja. Als sie in der Kirche war, Sawakun hatte keine Wahl als zu sagen, dass es keine Bullying gab. Als sie sagte mir das, ich wusste Hiru Mikoshiba, wäre mein nächster Punkt. Natürlich, sie hatte keine Ahnung über das. Als Sawakun wusste, dass Mikoshiba wurde murdered, hat sie mir selbst gebracht. Was sie wollte? Sie hatte eine verrückte Gefahr, dass ich in seine Todesfälle war. Sie hat mich ein paar Mal, vor allem für Antworten. Sie hat eine Perspektive Frau, wirklich. Und? Welche Antworten hast du ihr ihr? Ich verabschiede keine Ahnung davon. Aber bei einem Moment, sie sagte etwas, dass sie ein Detektiv in der Schule schon beschäftigt. Huh? Sie hat gesagt, du, natürlich. Ein Detektiv, bereits tief in der Fall, in der Fall, obwohl die Polizei gar nicht wissen, über Mikoshiba. Die Polizei ist ein Schmerz. Aber wenn ein Detektiv aus der Stadt kommt, das ist schlecht. Ich wusste, ich musste schnell um dich zu entfernen. Obwohl, Sawakun war auch ein Problem. Ich dachte, dass ich zwei Böse mit einer Stau. Und dann was? Ich wusste, wo die zwei von Ihnen zusammenstehen. In diesem kleinen Café. Dann habe ich den Leomang in den Leomang. Aber Sie haben eine Schmerz. Sie hatten die Kraft, aber Sie würden die ganze Gruppe wenn ich nicht in den Kaffee Insofern, meine andere Message ging durch. In der gleichen Zeit, Sawakun wurde ein Bild von Mikoshiba finalen Moment. Ich habe diese Aufgabe zu jemanden, die Sie kennen. Yui-Mamiya. Sie haben sich nicht gesehen, in 13 Jahren. Sawakun hatte keine Ahnung. Die Frau und die Sonne. Yui-Mamiya war das auch? Alles, was ich gemacht diese Nacht war eine Warnung für Sawakun. Obwohl, ich glaube, dass ich nicht so extrem war. Ja. Sawa-Sensei war zu dumm. Sie muss anfangen, dass Sie etwas zu tun haben, mit Mikoshiba's murder. After all, wer hätte wissen, dass wir uns in diesem Kaffee Sie hätte es zurückgebracht zu Ihnen. Selbst wenn Sawakun angefangen hat, ich wusste, dass sie mich nicht an die Polizei oder an die anderen. Die beiden haben wir die Studenten auf der Beobachtung. Ich konnte die Gedanken nach der nach der messen, wo ich angefangen habe. Und ich dachte, dass sie weg Der Tag sie wurde, sie fragte, wenn wir sprechen. in der Ich konnte sagen, dass etwas war. Sie war auf der Teile. Dann sie mit Sie haben. Sie nicht wissen, dass sie sagen. Sie haben mit zu sagen, Sie Ich bin sicher, dass sie die Hände von mir verletzten würde. Es ist schwer zu hören, ich glaube, sie hat mich unter Duress gehalten. R.K. wahrscheinlich hat sie sich verabschiedet. Das würde erklären die Vague-Responsen. Das ist wahrscheinlich warum sie eine Sprache war schrecklich. Es ist tragisch. Du sagst, es war R.K. Warum wollen sie so schlecht? Ich weiß nicht. Was? Wenn ich sie wusste, ich würde mehr machen, als ich nur schreien. Ich bin sicher, dass ich nur schrecklich bin, als du bist. Ich liebe es, dass ich es nicht so schlecht bin, als ich es nicht sagen kann. Honest. Ich bin nicht froh, dass ein kleiner Armee meine Hände auf einem Platt. Hast du gesehen, wie R.K. scheint zu sehen, dass es in den schlimmsten Momenten gibt? Niemand muss sich auf ihre Strecke ziehen. Dann sind wir auf der gleichen Seite. At least wir auf etwas zu sagen. Nur ein Moment. Ja, ich bin noch hier mit Yagami-san. Du bist nicht von seinen Mann, oder? Okay, dann werde ich dich jetzt treffen. Das war Mamiya-kun. Sie sagte, sie sei frei. Ihr habt ihr gesagt, dass ihr gesagt habt. Sag Sugiura-kun, dass ich danke dir gesagt habe. Jetzt willst du gehen? Wir haben noch ein paar Businesses zu beschäftigen. Jetzt, ich bin hier der Handymann. Ich weiß nicht, was anderes zu sagen. Aber du musst raus. Während du immer kann. Wenn du in der Nacht schlägst, ich will nicht einfach mal meine Arsch schlafen, um dich wieder zu finden. Vorher du weg bist, ich brauche ein paar Informationen zu kontakt. Ein Telefonnummer wäre toll. Oh, keine 필요e für das. Als ich mich überrascht... Das ist ein Aufmerksamkeit. Ich würde das nicht an das. Der Typ, Moruk, der unterschätzt mich echt, Alter. Ach, Kuwana. Wir haben jetzt echt 13 Minuten geredet, ey. Stabil. Aber das waren die wichtigsten 13 Minuten für mich überhaupt. So ist alles rausgekommen, ey. Kuwana, du kannst nicht abholen. Nicht voll Jagami, ey. Na, der doch auf jeden Fall Lüge läuft, aber ey, ich kann nicht sagen, Alter. Diese L, wenn man L-Dinger den Stick bewegen muss, das ist so scheiße. Was ist das hier? Jawohl. Ich will dein Leben jetzt. Was hat der geschmissen, Alter? Der unterschätzt halt, ey. Das ist halt Kuwana, Alter. Guck, das hasse ich. Aber wenn das kommt, ist halt nice. Oh, Mann. So Ausdauer-Dinger bekomme ich... Oh, da. Lecker. Das hasse ich. Guck, sowas. Jawohl, das liebe ich zum Beispiel wieder. Alla Kuwana, du hast auch Ausdauer. Das muss ich dir geben, Alter. Zack. Aber so hört es schnell auf. Und Kuwana, die Chance hast du nicht mehr. Das war's mit dir. Oh, der ist schon übel weit. Ah, da ist's. Bye-bye. Ah, ja. Was ist das? Wo gehst du? Kawanna! Halt's ob, Alter. Was? But Sensei, you'll finish the job for us, right? Huh? Is that you, Akaike? Oh, he's even got a name to your voice. But, answer me, Sensei! I know, I know. I'll be the one to finish it. You just knock them out. Okay, then. Time to learn your lesson! Come on, what kind of lesson is this? Zack! Number one! Number two! Number three, four! Five! Oh, Alter! Krank! What kind of lesson? Okay. Come on, do you want me to hold on now? Of course, he's gone. Come, go out, Alter. Really? So nice of you to stick around, Mamiya-san. What? Well, since Kiwana couldn't stay, sounds like you're not out of the woods just yet, huh? Okay, krass. Na gut, machen wir das noch kurz. Thirteen years in the past, Mitsuru Kusimoto plunged himself into a coma, sealing his fate alongside Kiwana's. Written by guilt, Kiwana sets off on a path of vengeance, and the bullies he drags with him are shackled to the shadows. However, Yokozawa's murder serves as a deadly wake-up call to what he's done. Kapitel 10 Jagd of the Beagle 3 Hey. What are you doing? Getting your identification on record so you won't be a threat to us anymore? What? Und ich denke, dass du uns immer, nach allem, was du getan hast, erwähntest du, mich zu holen, einen Tag zu holen. Dein Geist ist es, Mamiya-san. Du sagst mir nicht, dass wir zurückkommen zu diesem Arcade-Archad. Wir sind sicher. Aber wir versuchen nicht zu halten. Es ist nicht wir, die dich abhauen. Higashi, du hast bereits Sauri-san und die Gange, richtig? Ja, ich lasse sie wissen, was ist. Sie sagten, dass sie nachher kommen, wenn sie bereit sind. Chirisaki-sensei sagte nichts? Na gut, sie war ziemlich begeistert, als ich sie sagte, wer Kuwana wirklich ist und was er an. Das war ein bisschen schrecklich, Higashi-san. Du hast die Kredite für den Detektiven, die du noch nicht gemacht hast? Mach mich hier, Yagami-san. Alles klar, Mann. Kuwana wurde weg, und das ist alles, was wichtig ist. Ansonsten, die Aufgabe in fronte ist, dass wir den Sauri-san fertig sind. Wir müssen den Beharufe von Bihara einmal und für alle. Mit Mamiya-san, natürlich. Ich bin bereit, um ein paar Antworten zu bekommen. Wir haben noch Zeit, bis der Shirosaki-sensei kommt. Warum nicht du ein Gehirn, Yagami-san? Huh? Das wäre okay? Ja, ich werde dich telefonieren, wenn alle hier sind. Ja, eine Pause klingt gut. Bei dem Weg, Higashi. Ist irgendwas ungewöhnlicher, in Kamrad-show, seitdem? Irgendwas, in R.K.? Ja, das ist so. Meine Leute sagen, dass die Dinge ein bisschen zu kalt sind, seit gestern. Soma und Akutsu sind auch in Ijin-chow. Wenn sie zurückkommen, sie sind in für eine Rude-awakening. Und sie können sie bezahlen, was sie mit Kaito-aniki getan haben. Sie können sie bezahlen? Sie sind nicht die Yakuza-dage hinter dir? Sie wissen. Das ist nicht die Yakuza-dage mit mir zu sprechen. Das ist nur ein Problem, ich werde für die Lösung sein. Äh, das ist nicht genau das, was ein Yakuza-dage würde sagen? Gut. Denkst du es als eine Revenung für ein Bruder. Äh... Ich mache das richtiges Ding, verdammt! Ja, vielleicht ist es nur so, wie du es sagst. Insofern, was ist es egal, wenn ich ein Yakuza-dage bin? Ich habe mein eigenes Kode und ich werde es mit mir machen. Was auch immer du sagst. Wie viel Dinge verändern, sie bleiben die gleiche. Ja, aber Leute. Das war's mit der Folge. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst meine Bewertung da und guckt in der Videobeschreibung. Da ist alles für den... Wieso kann man das hier nicht benutzen, ey? HARDE!